Wir stehen letztlich gemeinsam durch, ey. Ich bin zehn. Alter Schwede, wir haben das echt gut gemacht. Wir sind ein sehr, sehr gutes Team. Oh nein! Oh mein Gott! Ich bin echt ein großer Fan von dir. Nicht schießen, nicht schießen. Nein! Ihr seid solche... Alter, wir talking, Bots haben mich ja richtig auseinandergenommen. Lass jetzt mal ein Video drin, und zwar wir geben unser Bestes, okay? Also wir versuchen, das Beste aus uns rauszuholen. Also so spielmäßig jetzt. Ja. Uff, ja. Uff. Oh, die Arme. Ja, ja. Wo landen wir? Ich würde sagen, hier. Hallo. Oh, die hat voll die süße Stimme. Ja! Ah, ja. Das ist voll süß, und wir lassen die voll im Stich, ey. Hi. Hi. Oh nein, die ist voll süß. Och, die Arme. Obwohl, sie hört unseren Stream. Sie hört unseren Stream. Sie kann uns hören. Hallo. Ey, wo landen wir jetzt? Jetzt wird es jetzt 3000 Jahre später, hallo. Na, 3000 Jahre später. Hallo. Könnt ihr noch antworten? Warum streamt ihr überhaupt noch? Jemand wollte mal, dass ich nur zwölf Stunden streamen mache? Ich meine, what the heck? Ja, mach mal 500 Jahre später. Wer hat denn im Stream-Hintergrund wieder da oben? Ja, die coole Gameron. Äh, echt coole. Aha. Ey, hier landen übel viele Leute. Ey, nicht Lama schlagen. Doch. Jetzt gehört sich so. Ich merke, spielt ihr hier auf dem Computer. Ich spiel auf der PS4. Ich spiel auch auf der PS4. Hey, ich spiel auf der Xbox. Huch. Falscher YouTuber. Falscher Stream. Die Lache. Wie alt seid ihr? Ach, Stunt. Da sind wir schon wieder bei so einem ganz angenehmen Thema. Ja, da sind wir zum Thema. Da sage ich einfach nur, ich tue nichts mehr für die. Seid Spaß. Sehr fies. Aber woher hat sie jetzt auf einmal das Headset? Nach den ganzen Runden, die wir zusammengespielt haben, woher hat sie das Headset? Okay, warte ich. Ich wollte das spielen, aber das wäre nicht streamt. Ich habe dir ein Mini zugeworfen. Ja, ich wusste nicht, dass es geht. Also bitte. Ein Headset. Sind bei euch Gegner? Nö. Bei mir war... Ich brauche keine Mini, die ich habe. Ja, ich brauche die auch nicht. Deswegen habe ich sie weggeworfen. Ja, wir lassen sie sehr fatale. Genau. Ist doch egal, ob wir Teammates haben. Weil ich muss eben bei dem... Zählen wir noch, wie alt seid ihr? Eigentlich nicht. Also ich könnte es sagen, aber... Ja, glaub mir eh keiner. Dann zeige ich dich an, wegen Datenschutze. Au. Ja, Hauptsache, aua. Soll ich sagen, wie alt ich bin? Ich denke, du bist du nicht. Oh, wow, wow, wow. Pass auf, ein Hai. Du, Jess, bevor es Eier legt. Ja. Nein, hier war ein Angel, wir hätten den reiten können. Oh, ist aufgelaufen. Ich bin zehn. Zehn. Das freut mich. Wie alt ist ich zehn? Oh, ich habe sie voll alt eingeschickt. Mensch, voll alt. Ich auch. Oh, die auch. Ja. Wie so ein Rentner, ne? Komm mich an, ich sag, das sind alle so wahr. Hm, was dagegen? Warte, verhören, 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 verhören. Hinter uns. Da kommt noch einer. Das ist der, 100%. Servus. Ich mag die neue Pumpe. Ich nicht, ich kann mit der gar nicht spielen. Die ist gewöhnungsbedürftig, finde ich. Ja. Ja, das stimmt schon. Ich habe übel wenig Metz. Santi? Ja? Ich bin echt ein großer Fan von dir. Oh, das ist voll süß. Ich leide nicht nur mit ihm, weil ich es langweiler habe. Ja, geht mir genauso. Ich meine, das ist doch normal, oder? Ja, ich weiß nicht. Oh mein Gott, ich habe den Obstkörper wieder mit. Kim, du bist jetzt wieder gemobbt. Och, halt. Nein, 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 nein. Ja. Kann ich dich rauswerfen oder so? Ich schütte euch nicht mehr. Warte, ich komme mal zurollen. Ja, Freddy. Komm, jetzt mobben wir Gamer, you. Kann ich euch irgendwie weg raus angehen? Das wäre geil. Nein, kannst du nicht. Hier, komm mal. Ja, hier. Bis. Ey. Das war geschlossig doch. So, wir gehen jetzt in meine Ferienwohnung, okay? So. Tada. Oha. Das war wirklich ungewollt. Das ist Mobbing. Keine Matz mehr, Alpen-Matz. Sag, der hätte mich eben voll weggemobbt. Ich und mobben? Da kennt es mich schlecht. Hm. Ich glaube. Ja. Wo seid ihr? Ey. Ja, ich habe es auch gesagt. Das ist so gemein. Ich bin halt wirklich zurückgelassen. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe mich voll erschrocken, weil sie geschrien hat. Ähm, ups. Ähm, ganz. Ups. Du hast ja voll wenig Leben. Heil dich mal. Ich habe Ben los. Oh nein. Oh mein Gott. Ihr seid solche... Mann, hier sind diese Scheiß... Hier sind die Scheiß-Bots. Ey, Kim, komm mal her. Komm mal her, her. Ich habe keine Matze mehr. 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 Schau dir das einfach an. Schau dir das einfach an. Kinoabend. Ihr seid so gemeint. Ich habe... Ich habe wieder Matze. Nicht schießen. Nicht schießen. Findet ihr meine Stimme wirklich süß? Ja. Alter, ihr seid so gemeint. Hast du vielleicht noch irgendwelche... Ey, guck mal, da sind ein paar Bots. Hast du vielleicht noch diese Jump-Dinge oder so? Nein. Dann kannst du ihn da vielleicht so runterkicken. Weißt du, was meine? Hint? Ah, na danke. Nee, hab's nicht, hab nicht. Warte, ich schick dir mal ein bisschen... Ich habe welche, zwei Stück. Ja, dann schieß mal GamerU ab. Oh mein Gott, Karma, ich fall runter. Ja, ich komm dann einfach mal kurz um den Loop zu holen. Alter. Das mach ich schon. Wo ist der? Nein, da ist kein Weg. Ihr seid echt das allerletzte. Willtop, ihr seid die allerletzte seid ihr. Oh nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh. Ey, das ist jetzt mein favorite Tanz. Santi sollen wir tauschen. Komm her, ich mache eine Tradebox. Komm her. Alles klar. Ich spiele zu retten die Welt. Leute, kommt mal zu hier. Ich spiele zu retten die Welt. Nee. Oh nein. Alter, so Fenster, guck mal, ich gebe dir das hier. Ich spiele zu retten die Welt. Das hast du gern mal gescannt. Nein, ich wollte, dass ich mich da ausspielen. Vielleicht kommt zu euch. Alter, wie ihr dort. Die Bots haben mich ja richtig auseinandergenommen. Ja, du bekommst doch keine Heilung ab. Boah, sind wir böse. Ja, ihr seid echt böse. Aber hier ist Heilung. Ich hab noch nicht mal der Metz. Wow, danke. Achst du gar nicht, ne? Hier, nimm die immer. Aber eine coole Gamerin braucht die. Aber eine coole Gamerin, du brauchst die wie Fab Bindel. Aber leutchen, echt hab ich hier eine ganz andere Stimme. Ja, du hast Stimme da drauf? Ja, ja. Ah. Aha. Die Wahrheit. Ist die coole Gamerin eigentlich 10 oder eine Fakerin? Und in Wahrheit, Beauty Palace. Stimmt, die eigentlich ein Mädchen. Sind denn die ganzen Gegner? Oder in Wahrheit, Beauty Palace hat extra so ein Stimmverzerrer, damit man sie nicht erkennt. Stimmt, möchtest du wieder Slow Yards werden? Ich glaube, es wäre ein fairer Tausch, mein Stoff. Warum hast du nicht Rette die Welt? Ich hab gedacht, dadurch, dass du diese Boxen kennst, dass du Rette die Welt hast. Hä, die Boxen sind jeder. Du hast mich voll enttäuscht. Ja, du hast mich auch enttäuscht. Ich hab Rette die Welt. Ja, ich auch. Ja? Ja. Okay. Yeah. Können wir mal zusammenspielen? Ey, ich zock Rette die Welt eigentlich nur wegen... Mann, lauf dich immer weg. Doch, tschüss. Absolut kein Bock mehr. Ich hab's mir eigentlich nur wegen diesen wöchentlichen V-Bucks geholt, aber der Rest interessiert mich nicht. Gemein. Danke. Bitte. Hier ein bisschen Heilung. Warum hab ich eigentlich eine Angel mit dabei? Damit du uns wieder nerven kannst. Oh ja, gute Idee. Ich brauch irgendwie nen Helikopter, ich werd da wieder rausspringen. Ja, der war da oben. Ja, nee. Ja, doch. Ist nichts für deine Beine. Nee, ist mir zu anstrengend. Ich merk schon. Ja, aber ich hab ein Boot. Ich glaub, das geht, oder? Wow. Damit fahr ich auch auf. Aber da kann ich mich nicht selbst umbringen. Alles klar. Das ist ein Loot-Drop. Ich geh da hin. Ohne euch. Tschüss. Hey, du Antien. Nein. Ohne, jetzt hab ich das schon wieder gemacht. Ich fahr halt wirklich alleine. So ein 31er. Ja. Ich dachte erst, der macht Spaß. Aber hier ist noch ein lila Jagdgewähr für dich. Ja, nee, brauch ich nicht. Er hat gefragt, du nimmst das jetzt. Oha. Oha. Nee, nee, ich meine, ich pass nur auf den Loot auf. Ganz natürlich. Hier, guck. Ich hab darauf gewartet, dass sie kommt. Verschwinde. Hallo. Santi, könnt ich jetzt vorweg mobben, wenn ich sie wieder aus, dann sie in den Tanz mache? Hey, da mach ich meine Sounds aus. Ja. Du kannst, glaub ich, sogar in den Einstellungen Copyrights Sounds ausmachen. Ah. Ja. That works. Mein Bruder war da. Ja, das geht. Warte, ich guck kurz. Warte. Lass dich schnell umbringen. Schnell. Hier bei, wenn du bei Ton gehst, kannst du bei Optionen abspielen von lizenzierter Audio. Watt, watt. Ja, wenn du auf Audio und dann auf das ganz untere. Abstiel. Immer stumm stalten. Ha. Auf uns zu mobben. Jetzt hörst du das noch? Nee. Ja, perfekt. Aber guck, ich hab doch, oh mein Gott, da kommt noch ein Lüttropp. Jetzt kann ich in Tanz tanzen. Freu dich. Gültiger. Miu. WTF, wo sind die Gegner? Wo sind die Kommentare? Punkt, Punkt. Oh nein, das nervt so. Hahaha. Ich sag, du blauer Haken, ne? Hast du? Und eben. Nee, ich hab... Ups. Tschuldigung. Schlimm. Alles gut. Ey, blauen Haken kriegt man doch erst ab 10.000, oder? Ja, deshalb. Oh mein Gott, ich hab ihn getroffen. Wow, freu dich. Mach ich auch. Erste es nicht? Verbrauch ich bisher. Ja, verbraucht ihr ruhig eine Munition. Och Mann, was machst du? Ich wollte ihn extrem eingereißen. Oh nein. Ja. Oh mein Gott. Ich hab die Scarf. Auf uns wird geschossen, ne? Oh ja, ich hab's gehört. Da sind deine Gegner. Nee, ich hab's mir anders überlegt. Ich hab doch keinen Gott mehr auf die. Die könnt ihr holen. Tschüss, ne? Ey, warte, warte, warte. Ja, komm. Hey, WTF sind die? Komm. Ich bin da, ich bin da. Hallo? Du und Frati? Tschüss. Nein, warte, das war die coole Gamerin. Warte, die müssen wir noch mitnehmen. Die ist cool. Ja, passt auf, ich... Hallo, ach, ihr seid solche. Das ist nett, ne? WTF sind die Gegner. Ich seh die noch nicht mal mehr. Die sind vor uns direkt. Wir fanden die Gegner rein. Alter, wie top. Was macht ihr? Ich steig aus. Oh nein, Gegner. Ob das, ich hab immer noch die Angel dabei. Einer Wonshot. Oh nein, der... Ups, falsch. Ah, hinter uns. Seht nichts mehr. Ah, Gegner. Ich wurde angeschlossen. Hilfe. Ich hab ein Bild gegeben. Aber nur ein. Nein. Ihr musst die coole Gamerin holen. Warte, ihr habt fast down. Ihr kommt, kommt alle. Pushen, pushen, pushen. Hallo? Hi. Ihr müsst einfach Gamerin holen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das hier, das hier. Das hier. Nein, 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 nein. Ha, ha. Ripsant, eh. Oha. Leute, ich hab wirklich ein scheiß Problem. Immer, wenn ich was höre von euch, ist das Problem, dass ihr immer, dass bei mir immer ein paar Sekunden... One shot, one shot, one shot. Ist bei mir? Könnt ihr meine Karte holen? Ich seh'n nicht mehr. Ein bisschen später kommt. Hol mal bitte meine Karte. Oh, one shot, one shot. Hol mal bitte meine Karte. Und lasst mal alles da. Auch mal los. Oh, dann wird den gut. Oha. Dem kannst du mich bitte holen? Ist er doch wirklich die Besten entbauen? Kann das richtig sein? Ich hab deine Karte schon geholt. Oh mein Gott. Aber ich hab keine Waffe. Ey, warte, ich hab Jumppad. Ich hab Jumppad. Ich hab auch Jumppad. Oh mein Gott. Oh nein, ich hab... Oh Gott, Hilfe. Der Lodi hatte die Mühe. Kannst du mir vielleicht mal eine Waffe mitbringen, anstatt eine... ... 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 Ich hatte die noch kein einziges Mal, fällt mir was auf. Ähm, warte mal, wo ist Jumppad geplaced? Ach, da. Ähm, nimmst du den, nimmst du den, äh, Dings, mit dem Granatenwerfer? Oder auch nicht? Ach, warte, ich hab den Slipad, Entschuldigung. Äh, wo ist der, wo ist der, wo ist der nächste Bus? Na, vorne. Ich kann nicht markieren. Das ist halt auch leider Gegner. War ich damit irgendwie besser? Ja, das sind halt auch Gegner. Der Bus noch nicht, weil die Warte versteckt mich jetzt dabei. Ah, ja, stimmt, der Bus ist nicht frei. Nein! Was? Ich hab meine Technik hier noch liegen lassen. Ich hab auch schon zweites Jagdgewehr mitgenommen. Ja, das kann's mir geben. Äh, ja, okay. Ich hab einfach Monkey Kongo. Nein, 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 coole Gamer, es schlipp gleich. Die hat noch 13 HP. Die muss sich mal heilen. Warum heilt die sich aber auch nicht? Ich glaub, die kennst du was nicht. Ich glaub, die macht. Oh mein Gott, bei mir Gegner. Ich vereine mich ja gleich, wenn ich in diese Scheiß Stimme außen reinkomme. Hast du ne Waffe für mich? App overboard gegeben, down, einer ist down, einer ist down. So. Ich geb dir die 90, okay? Das war wieder falsch. Alles klar. Nein, er wird revived, er wird revived. Er liegt alles. So, hab wieder 100 HP. Obwohl du hattest ja Minis, ne? Oh mein Gott, vor mir. Ja, warte, 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 ich geb dir. Hab ein, hab ein, hab ein down, hab ein down. Uff, was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn hier schon wieder los? Ich bin fast down, ich bin fast down. Ich wurde in der Luft, in der Luft weggeschossen. Könnt ihr mich mit dem wifeln? Könnt ihr mich mit dem wifeln? Hab ich versucht. Ich hab zwei down gemacht, aber ich weiß nicht, ob die wifeln. Warte, ich hoffe, die bemerken uns jetzt nicht. Ich hab zwei down gekriegt. Ich hab zwei down gekriegt, zwei down gekriegt. Oh mein Gott. Das tut jetzt mich nicht zum Glück. Ach du Scheiß. Du hast den Stress. Kannst mir die abgewirkt geben? Hilfe. Ich komm mit mir. Warte, ich versuche mein Bestes. Halt, Herr Schwede. Hast du auch Minis für mich? Äh, ja, ja, warte. Lagen noch Minis, ne? Achso. Oh nein. 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 Ich hab's falsch hier getroffen. Mann, Santi. Ich hab's falsch hier getroffen. Ich hab's falsch hier getroffen. Mann, Santi. Ich sagte, ich kann hier die Minis trocken. Bitte gib mir die Scar wieder. Hallo. Ja. Warte, ich höre nur die Metzen. Wie weiß ich dich. Santi. Santi. Hier sind die Minis. Warte, ich nehm sie wieder mit. Mann, Santi, gib mir bitte meine Scar wieder. Warum hab ich die fallen gelassen? Danke. Ja, ja. Gib mir die Scar wieder. Ich hab nur nachgeladen. Pass auf, Leute. Äh. Shit, shit, shit. Mann, das Problem ist, die sind doch direkt schon. Nein, sind sie nicht. Hä, wo sind die? Da oben, da oben sind sie. Da oben. Hä? Äh, bin ich dumm. Ja, warte mal. Weißt du, Anna? Mitnehmen, mitnehmen. Ja. Bitte. Wir stehen das hier gemeinsam durch, ey. Ja. Hol mir Gegner direkt. Ich seh ihn. Hey, ich steck hier fest, ich steck hier fest. Das ist nett, aber ich bin immer noch hier. Hey, dich hab ich doch vorhin schon getötet. Weiter, weiter. Ich bleib ganz schön. Tschüss. Ey, mein Hut. Was ist da runter? Go. Nein, nein. Der prägt mich hier doch um, ey. Warte. Warte. Äh. Alter. Och, warte, ich möchte mein Lachen nicht in der Wiederholung holen. Hahaha. Ja. Das ist Karma. Ach, meine Augen. Das ist so Karma, ne? Warte, kann ich die Bandagen? Nein, ich will nicht wiederbelegen. Kann ich die Bandagen? Ich hab noch ein Medkit. Warte, 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 Medkit. Ah, ups. Hallo, danke. Pass auf. Ähm. Warte, ihr müsst, ihr müsst aufhalten. Ihr müsst aufhalten. Ich muss mich überhalten. Ist hier irgendwo Schild oder so? Nee, ne? Nee, ne? Warte, doch, doch, ich kann euch, ähm, Schild geben. Ja? Zwei Minis. Kannst du mir ein geben? Ach, dann sind wir zwei. Hier unten, hier unten liegen zwei Minis. Das ist der Letzte. Oh mein Gott, das ist der Letzte. Hä? Ja, stimmt. Ey, Leute, ich krieg eh nicht den Gleiter. Hast du ihn noch nicht? Hallo? Was macht ihr hier? Ja, ich hab ihn. Oder ne, Kim, du hast ihn, oder? Nein, ich hab ihn. Okay. Alter, nein. Wir haben gewonnen. Aber wir waren volles Squad, ey. Plus 2. Plus 2. Wuh! Wir haben's geschafft. Easy. Alter, Pfeiler. Liga, Liga. Geil. Geil, geil. Wir haben's geschafft. 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 Oh mein Gott, ey. Alter, nice. Nice, nice, nice. Machen wir noch mal ne Runde? Geil. Oh, ey. Warte mal. Hab ich überhaupt Kills gemacht? Ich hab keinen Kill gemacht. Hahaha. Das ist belastendlich. Nein. Ich hab 3 Leute genockoutet. Ich hab 6 Leute gekillt. Ich hab 3 genockoutet und 3 Assists gemacht. Alter Schwede. Wir haben das echt gut gemacht. Wir sind ein sehr sehr gutes Team. Ich bin Santi. Wir sind super schön. Wir sind super Traffic variante. Wir sind super wir sind tam between rest Andreas. Wir sind sehr nahe, Animal lado pear. Wir sind sehr protection. Versteht ein Blast nack aufs Bälle. Wir sind mega drauf gear amp